Ihr Kapitän Jonas Hector macht am Samstag sein 300. Spiel für den FC. Können Sie mal sagen, welche Rolle er für Sie als Kapitän spielt, aber auch als Fußballer auf dem Platz? Also bei Jonas kann ich eine ganz klare, also gibt es ja, ich glaube nicht nur ich als Trainer, sondern die Trainer auch davor. Jonas ist mit, und das meine ich auch genau so, ist der wichtigste Spieler in diesem Verein. Dass wir gerne über Toni reden, über die Leistung, die Toni bringt, über die Tore ist das eine. Aber Jonas ist der Kölner Spieler, der, der vorne weg geht, der vorangeht, der sich immer stellt, auch in schwierigen Situationen und der der Mannschaft immer viel Sicherheit gibt. Und ich glaube, mehr müssen wir darüber nicht sagen. Und die 300 Spiele, die hat er sicher nicht. Wie soll ich sagen, die kommen ja nicht von irgendwo. Ich glaube, es gab nicht einen Trainer vor mir, der gerne auf ihn verzichtet hat. Und es wird nach mir auch, warten wir mal ab, keinen geben, der auf ihn verzichten will. Und ich kann mir nur wünschen, Jonas hat ja einen klaren Plan für sich, dass er in anderthalb Jahren dann zumindest drüber nachdenkt aufzuhören. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Spieler der Bundesliga vielleicht noch länger erhalten bleibt. Nicht nur bei 300, dann vielleicht 350, sondern ich glaube, der kann auch 400 machen.